Also hier sind tatsächlich so ein bisschen die Getränke, die sind so ein bisschen lau. Was natürlich nicht gut ist, ne? Ja, eigentlich nicht, aber okay. Ähm. I don't want to eat you. Oh. Genau. Was ist hier für... Dass hier vieles läuft, aber hier ist man gerade wieder so ein bisschen, weil hier nichts läuft, weil da eigentlich voll ist. Ne? Also. Mhm. 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 Ja. Bestellung eingetroffen, die haben wir gerade gemacht. Hier ist eine fehlende Gemeinschaft. Ja. Passt aber eigentlich. Nur, dass die Getränke fehlen. Und ohne Getränke sieht das gar nicht gut aus, weil wir auch eigentlich keine reinbekommen. Warnung. Produktion gestoppt. Wir brauchen mal ein bisschen mehr davon, weil wir kriegen davon nichts rein. Haha. Also. Können wir das dann mal machen. So. Irgendwas wurde hier gestoppt gerade. Das haben wir gehört. Mhm. Ja. Dieses hier. Weil hier voll ist, da voll ist, also unser Lager ist voll. Ganz einfach. Und so kann man da natürlich auch ein bisschen Energie sparen. Und dadurch dann natürlich Geld zu sparen. Ganz einfach. Ist ja klar. Ja. So. Wir wollen mal hier schauen, was hier in diesem Schiff ist. Hier ist natürlich was anderes. Ja. So. Was kann ich für Sie tun? Dieses Ölvorkommen unter was? Ein Auftrag. Ganz nach Ihrem Niveau. Mhm. Holen Sie Folgen... Was... Holen Sie... Äh... Eindrucken? Ähm... Wie kann ich helfen? Ich hasse Unterbrechungen. Also jetzt... Wie können Sie sich endlich einmal nützlich machen? So. Und das Ding in den Kontrollen. So. Und das Ding in den Kontrollen. Also Sie... Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Zugegeben. Keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit ist auch noch nicht geregelt. Mhm. Wollen Sie hier etwa mit Ihrem Erfolg prahlen? So. 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 haben sie meine anweisungen genau befolgt haben sie den befehl endlich ausgeführt mecker nicht so viel haben sie meine anweisungen genau befolgt nein wir sind aber dabei so 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 Das war's für heute. Wollen Sie hier etwa mit Ihrem Erfolg prahlen? Hm, 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 hm. Also ganz ruhig wieder zurück und das hier hin. Wollen wir natürlich hoffen, dass wir jetzt nicht hier angegriffen werden, ne? Okay, müssen wir hier noch eine Straße bauen, ne? Aber das glaube ich nicht, weil hier ist ja eigentlich soweit alles fertig, ne? Ja, so gut, äh, ist mal egal, wir müssen ja wieder hier zurück. Sie werden doch nicht an dieser lächerlichen Aufgabe scheitern. Sie lassen mich absichtlich warten, stimmt's? Diesmal liegen Sie nicht einmal falsch. Das hier werden Sie wohl zustande bringen, oder? Bergen Sie und bringen Sie die zurückgelassene Eskortbeglaubigung. Hm. Hm. Das war's für heute. Und dafür möchte ich, das brauche ich nicht.